morgen was geht ich will sagen dass ich jetzt wieder live auf twitch ist vorbei heute ist nämlich endlich das turnier das sondersturnier wir machen heute das so dass ich halt den gewinnern diese pickaxe gebe hier also diese die late pickaxe die hier ist schon wieder fünf codes und wie gesagt da ja könnt ihr halt dass sie gewinnen wenn ihr mitmachen wollt einfach ins einkommen mich ändern wenn ihr neu seid und ja dann einfach wie gesagt mitspielen und ja deswegen kommt gerade ein und würde sagen sehen wir uns im stream bis gleich